Was ist das für dich? Ich würde gerne sagen, dass ich ein bisschen sentimental bin oder wehmütig, aber momentan bin ich eher ein bisschen nervöser und angespannter. Aber ich denke, nach der letzten Fahrt werde ich dann schon wehmütig sein. Die Aufgabe ist groß, es wird schwierig. Ich fühle mich eigentlich gut, ich komme ja gerade von Wengen mit einem Podest. Eigentlich stehen die Vorzeichen sehr gut. Mal schauen, heute das erste Kennenlernen der Strecke. Vielleicht gefällt es mir schon so, dass ich mich nur noch auf das Rennen freue. Hast du gestern schon gewissen gewesen? Ich war gestern noch in Salzburg, bin direkt von Salzburg hergefahren. Heute ist der erste Kontakt mit der Rennstrecke. Und dein Entschluss, dass es die letzte Saison ist, steht unumstößlich fest? Der steht wirklich unumstößlich fest. Das ist die letzte Saison, da fährt der Zug drüber. Irgendwann ist alles vorbei und vom Alter her denke ich, es ist schon Zeit. Der Kopf sagt mir auch, Junge, geniesse die letzten Rennen, weil es ist Zeit zum Hören. Obwohl ich werde es vermissen, da bin ich ganz, ganz sicher. Das Gefühl am Start zu stehen werde ich vermissen. Aber irgendwann ist jede Party mal vorbei und das schaut so aus, dass es das Jahr vorbei ist. Wie hört es mit der Zukunftspläne aus? Am liebsten würde ich nichts mehr tun, ein bisschen mit dem Weltcup mitreisen und zuschauen. Ich bin schon noch dabei als Journalist. Ich werde für einen Fernsehsender arbeiten und ich habe noch einen anderen Job für eine Firma in Lichtenstein. Und das wird sich gut ergänzen und ich freue mich schon drauf. Was sind deine Ziele für Olympia? Uff, Olympia. Ganz ehrlich, ich bin jetzt ein riesen Fan von Olympia. Ich werde ziemlich sicher ohne Medaille nach Hause kommen. Und dann, weil, was soll ich jetzt sagen, ich war schon fünfmal Olympiade. Ich habe nie was gemacht. Warum soll es das Jahr besser werden? Ich denke, das ist die richtige Einstellung. Ich bin da ganz locker und offen. Wenn ich eine Medaille mache, bin ich überglücklich. Überglücklich und falls nicht, geht das Leben auch weiter. Olympia ist so speziell. Alle vier Jahre hat man zwei Minuten eine Chance. Und am Schluss strahlen drei Leute da oben auf dem Podest und alle anderen haben Ärger. Und ich zähle nicht zu denen, die Ärger haben, für den Fall, dass sie keine Medaille machen. Und von dem her bin ich relativ locker beieinander, wenn ich dort am Start bin. Was waren deine emotionalsten Momente im Weltcup? Zweimal in Kitzbühel. Einmal war ich jetzt weiter in der Abfahrt. Einmal habe ich gewonnen hier im Super-G. Die Momente waren unglaublich emotional. Ein schöner Moment war letztes Wochenende mit meinem Podest am Lauberhorn, weil mit 38 noch auf der längsten Abfahrt der Welt ein Podest zu erreichen ist schon emotional. Und das erste Mal auf dem Podest, meine erste Medaille bei Weltmeisterschaften, das waren alles sehr emotionale Momente. Aber im positiven Sinne emotional. Es gab natürlich auch im negativen Sinne emotionale Momente leider. Was macht Kitzbühel für die Abfahrtsläufer so speziell, abgesehen von der schweren Strecke? Es braucht viel Mut. Es braucht verdammt viel Mut. Jeder Läufer ist sehr angespannt, sehr nervös. Man muss seine sieben Sachen beieinander haben, wie wir schön sagen. Und es ist halt die Ambiente, alles. Es ist ein riesen Skifest. Unglaublich viele Zuschauer, aber tausende von Zuschauern. Der Mythos Kitzbühel. Es ist einzigartig und ich komme jedes Jahr gerne wieder her. Auch dieses Jahr, wie gesagt am Start, die Nerven liegen blank. Und im Ziel unten ist man einfach stolz, wenn man es geschafft hat. Und wie oft wirst du heute anschieben, weil du gesagt hast, mehr als dreimal, dann gibt es ein Bier im Ziel. Ich schiebe dreimal an. Du willst ein Bier geben? Ja genau, aber wir haben zwei Neulinge dabei. Zwei ganz Junge. Und die waren noch nie da. Und ich habe den beiden ein Bier von mir versprochen, wenn sie dreimal anschieben am Start. Also ich zahle, ich gebe das Bier raus, wenn sie das machen. Oh, ist ja schön. So schön und ich bin noch nicht wach. Wo bist du denn jetzt? Ihr dür waste nochmal Und hier einfach fangenなん. Untertitelung des ZDF, 2020